Ich begrüße euch zu meinem vierten Sondervideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um die Folgen der Corona-Maßnahmen. Vorweg will ich verdeutlichen, dass ich nicht die Existenz des Coronavirus leugne, sondern nur der Ansicht bin, dass es bei weitem nicht so gefährlich ist, wie man es uns von oben her versucht zu verkaufen. Ich zeige Mitgefühl für alle, die durch das Coronavirus leiden mussten oder das Leiden und auch das Sterben von Nahestehenden erleben mussten. Ich bitte gerade diesen Personenkreis, dieses Video nicht falsch zu verstehen. Ihr habt einen Verlust oder ein Leiden erlebt, welches sich nicht verharmlosen will. Allerdings besteht unser Land aus erheblich mehr Personen, die dieses Schicksal glücklicherweise nicht erleiden mussten. Fangen wir mal an mit der Gefährlichkeit des Virus. Am 2. September 2020 gab es laut Robert-Koch-Institut 9.313 Todesfälle durch das Coronavirus bundesweit. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Die Zentrale für Kontrolle und Prävention von Krankheiten hat jetzt offengelegt, dass gerade mal 6% der Corona-Todesopfer tatsächlich an und nicht nur mit dem Virus erlegen sind. Das sind rechnerisch gerade mal 559 Fälle in Deutschland. Unabhängig, wie viel Corona momentan in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, aber die Grippe in den vergangenen Jahren hat mehr Opfer gefordert. Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn man versucht, selbst diese Todesfälle zu vermeiden. In dem Fall verweise ich gerne, angesichts der geringen Zahl, an Betroffenen auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Alle 83 Millionen Bürger in Deutschland werden momentan eingeschränkt, nur um diese niedrige Zahl an Opfern dieses Virus zu vermeiden. Im Verlauf der gesamten Pandemie sind gerade mal 0,00004% der Bürger an diesem Virus erlegen. Wie schon erwähnt, da hat die Grippe mehr Opfer gefordert und hat den Bürger erheblich weniger eingeschränkt. Die angeordnete Maskenpflicht macht keinen Sinn, weil die meisten Bürger diese Masken auch nicht richtig verwenden. Wer von euch hat eine Packungsbeilage von Schutzmasken und dessen Sicherheitshinweise gelesen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Masken müssen, wenn sie tatsächlich einen Schutz bieten sollen, öfter gewechselt werden. Es wird vorgegeben, man wolle sich und seine Mitmenschen schützen. Sind die Hände desinfiziert, bevor man die Maske aufsetzt? Ich wage zu behaupten, dass es bei den wenigsten zutrifft. Die Maske ist lästig und wird erst dann aufgesetzt, wenn sie benötigt wird. Zum Beispiel vor dem Betreten eines Einkaufsladens. Auf dem Weg zum Einkaufsladen wurde möglicherweise der Griff der Wohnungs- und Haustür sowie der Autotüre mit den Händen berührt. Mit den Ablagerungen dieser Griffe wird nun die Maske aufgesetzt. Bei wen von euch lagert die zu verwendende Maske steril? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Nimmt man es ganz genau, müsste jedes Mal eine andere, neue Maske verwendet werden, welche steril verpackt und erst nach dem Desinfizieren der Hände aufgesetzt wird. Die meisten Masken werden jedoch mehrfach verwendet. Hier rede ich von den kleinen Masken aus Stoff oder Papier, welche man am häufigsten auf der Straße zu sehen bekommt. Trägt man diese Maske eine gewisse Zeit, laut Backungsbeilage sollte dieses nicht länger als eine Stunde getragen werden, wegen Durchnässung, muss man sie wechseln, um den Schutz noch zu gewährleisten. Nasse Masken schützen nicht. Ist das Aufsetzen einer solchen Maske nun ein Problem? Nein. Es macht aber auch keinen Sinn, wenn es nicht konsequent von jedem richtig gemacht wird. Interessant wird es bei FFP-Masken. Laut Backungsbeilage soll man diese Masken maximal 20 Minuten am Stück tragen, um sich selbst nicht zu schädigen. Bei FFP-Masken ohne Filter steht in den Sicherheitshinweisen, dass das Tragen von einem Zeitraum von mehr als 20 Minuten zu einer Hypoxie führen kann. Da es um den Schutz von sich und anderen geht, dürfte für jeden eine FFP-Maske mit Filter ausgeschlossen sein. Diese Masken schützen nur einen selber und verbreiten im Falle einer Infektion das Virus. Neben diesen erwähnten Angaben zur Unsinnigkeit der Maskenpflicht, werden Masken jedweder Art vom Großteil der Bürger nicht richtig, sondern nur unterhalb der Nase bzw. nur unterm Kinn getragen, wodurch wiederum kein Schutz gegeben ist. Die Tatsache, dass Viren auch über die Augen eindringen können, bleibt hier mal unberücksichtigt. Schon ansatzweise erwähnt ist das Desinfizieren der Hände. Es wäre, um Schutz zu bieten, wichtig, vor jedem Berühren einer Maske, die man aufsetzen will, die Hände zu desinfizieren. Kommen wir aber mal wieder zu den Einkäufen zurück. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens sind die Einkaufswagen. Wir greifen mit unseren Händen an den Griff. Wurde er vom Vorbenutzer desinfiziert, desinfiziert ihr den Einkaufswagengriff vor dem Berühren. Habt ihr euren Wagenchip desinfiziert, bevor ihr ihn in den Schlitz steckt? Wenn nur eine dieser Fragen mit Nein beantwortet werden kann, ist der Schutz nicht mehr gegeben. Diese Keime, Viren und Bakterien landen auf allem, was wir berühren. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das beim Einkaufen handhabt. Studien zufolge sind mehr Keime und Bakterien auf einem Einkaufswagengriff als auf einer Klobrille. Jetzt muss man natürlich auch darauf achten, dass man die Handdesinfektion richtig vornimmt, dass es einen Sinn ergibt. Nach dem Händewaschen mit Seife empfohlen wir zweimal Happy Birthday singen. Danach vollständig auch zwischen den Fingern. Aber Vorsicht! Desinfektionsmittel können bei häufiger Anwendung den Nutzer schaden. Desinfektionsmittel mit brennbarem Alkohol zum Beispiel trocknen massiv die Haut aus. Es gibt natürlich auch sensitive Mittel. Diese sind zumeist jedenfalls erheblich teurer und töten weniger Keime und Bakterien ab. Kommen wir zu den Abstandsregeln. Welchen Sinn soll es haben, sich von einem gesunden Menschen fernzuhalten? Wenn jemand krank ist, kein Frage, dann hält man Abstand, auch ohne staatliche Anordnung. Aber bei der geringen Zahl Betroffener ist es ein Lotto-Sechser, wenn man mal in der Nähe eines Infizierten ist. Jede einzelne Maßnahme für sich ist ein lästiges Übel und im Gros gar nicht umsetzbar. Die Kombination aus diesen Regeln jedoch verursacht Maßnahmen, auf diese Regeln begründet, welche viele weiteren Einschränkungen mit sich bringt. Ich will am Beispiel pflege- und hilfsbedürftige Menschen einige Fragen zum Nachdenken geben. Wie entwickelt sich der Zustand der Räumlichkeiten eines Pflegebedürftigen, wenn mehrere Wochen wegen der Abstandsregeln die hauswirtschaftliche Hilfe nicht kommen darf? Wie sieht es um den gesundheitlichen Zustand aus, wenn häusliche Pflegekräfte oder Therapeuten vieles, was nötig wäre, nicht mehr machen dürfen? Was, wenn Reha-Hilfsmittel wie Rollstühle, Treppenlifter, Badewannenlifter usw. ausfallen und der Reparaturdienst nicht ausrücken darf? Im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr wird oft Ein- und Ausstiegshilfe benötigt. Was ist mit der Mobilität, wenn sich nicht mehr genähert werden darf? Solche Hilfen funktionieren nicht aus Distanz. Was, wenn man seinen Arzt nicht mehr erreichen kann? Ein Video zum Thema Pflege findest du oben unter dem i. Bis jetzt sind hier nur persönliche Dinge erwähnt. Was ist aber mit unserer Wirtschaft? Die fehlgeleitete Politik der vergangenen Jahre hat schon so viel kaputt gemacht. Durch diese übertriebenen Maßnahmen wird eine nie dagewesene Insolvenzwelle auf uns zukommen, die Deutschland kranker macht, als es vor Schröder der Fall war. Früher hieß es, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Bald hängen wir am Tropf. Nicht das Coronavirus, sondern der Merkel-Virus zwingt uns in die Knie. Ein Video über Angela Merkel findest du oben unter dem i. Die Corona-Maßnahmen wurden eingeleitet, als die höchsten Infektionszahlen bereits hinter uns lagen. Jede beschlossene Maßnahme war ohne Sinn und Ziel. Momentan wird die Krise genutzt, um der CDU höhere Zustimmungswerte zu sichern und Dinge umzusetzen, die in normalen Zeiten niemals möglich gewesen wären. Oder erinnert sich jemand von euch, je mit Billionen Beträgen konfrontiert worden zu sein, die jetzt als Schulden aufgenommen werden und jedem, selbst kommende Generationen, belasten werden? Dass korrupte Politiker die Gunst der Stunde nutzen, ist kein Wunder. Dass jedoch so viele Bürger so dumm sind und dieses Heckmeck einfach so unhinterfragt mitmachen, ist mehr als bedenklich. Ich bin der Ansicht, wenn jemand die Maske aufsetzen will, soll er es tun. Sowas jedoch staatlich anzuordnen und nicht Befolgung zu sanktionieren, gleich diktatorischen Auswüchsen und darf niemals geduldet werden. Ein Video über die Bezahlung der Corona-Aufwendungen findest du oben unter dem i. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht. Vergesst nicht. Vielen Dank.